Maritio, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview mit uns. Maritio, du bist jetzt knapp sechs Wochen da. Wie ist die Eingewöhnungszeit für dich verlaufen? Besser konnte sie gar nicht laufen, denn ich habe mich schnell eingelebt. Ich habe natürlich sehr viel Zeit mit der Mannschaft verbracht. Es war eine sehr intensive und harte Vorbereitung für alle Beteiligten. Es war natürlich die Mannschaft voll zu besetzen, das Kader voll zu besetzen. Das ist eigentlich sehr gut gelungen mit dem Ali-Hörtnabel. Die Eingewöhnungszeit, was jetzt die Stadt, das Umfeld anbelangt, da habe ich schnell gefunden, auch dank Christian Stoff, der natürlich ins Buker ist. Und natürlich alle kleinen Dinge, die es zu wissen gibt, mich gelehrt hat. Das ist auch wichtig. Und die Stadt ist ja noch ziemlich übersichtlich, nicht da zu groß. Und von daher habe ich mich schnell eingelebt. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Was sagst du zu Stadt, Land und Leuten? Ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Stadt. Ich meine, Innsbruck ist halt auch eine von mir als Christian Weltstadt. Auch wenn sie klein ist, man kommt gerne nach Innsbruck. Und ich habe sie das erste Mal erlebt. Da habe ich auch schon von der Vergangenheit gehört, dass Tirol in sich eine sehr schöne Landschaft ist, eine schöne Region. Und ich war schon auf das gewappnet und wusste, wohin ich komme, als ich den Job hier angenommen habe. Wie begegnen dir die Leute? Sehr öflich, sehr positiv, die mich natürlich kennen. Natürlich war ich nicht jetzt die ganze Zeit in der Stadt. Ich war eher auf dem Fußballplatz zu Hause. Aber nein, ich habe sehr angenehme Leute kennengelernt. Und ich meine, durch die Europameisterschaft war ich natürlich auch da und hier zusammen mit anderen Leuten an Fußball-Events. Das ist logisch. Und ja, sehr, sehr sympathisch. Bei deiner Antrittsrede hast du gesagt, du hast dir schon 15, 16 Spiele im Vorfeld angeschaut. Du musst dir natürlich die Spieler kennenlernen. Jetzt hast du die Vorbereitung. Die Vorbereitung geht jetzt zu Ende. Sechs Wochen hast du mit den Spielern gearbeitet. Du kennst sie jetzt. Welchen Eindruck machen sie auf dich? Sehr gut. Also sie haben uns seit dem ersten Tag hervorragend mitgezogen. Ich wusste, was die Vorbereitung auf sich hat. Und dass sie sehr intensiv und hart sein würde. Eine Umstellung hat stattgefunden, ganz sicher. Und klar sehen wir den Verdauungsprozess, was jetzt nicht einfach ist für die Spieler. Die gewisse Müdigkeit ist immer noch vorhanden. Man sieht es auch noch in den Trainingseinheiten. Aber ich glaube jetzt, ab heute werden wir sich sehr stark zurückschrauben. Und damit wir eben diese gewisse Spitzigkeit dann auch am Sonntag im ersten Köpffspiel haben werden. Denn es ist wichtig, dass wir mit dem richtigen Fuß starten und den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Und nein, ich kann eigentlich nur Positives über das Team erzählen. Es ist sehr angenehm gewesen zu arbeiten mit ihnen diese sechs Wochen. Und niemand hat aufgemuchst. Jeder hat mitgezogen. Und wir hatten sehr wenige angeschlagene Spieler. Also wir konnten fast immer aus dem Vollen schöpfen. Und das hat jedem die Möglichkeit gegeben, Spiele zu bestreiten. Minimum eine Halbzeit jedes Spiel zu machen. Und das war sehr richtig. An welchen Ebenen hast du jetzt in der Vorbereitung gezogen? Ja gut, es war sicher so, dass wir konditionelle Ebenen natürlich einen weiteren Schritt nach vorne machen wollten. Da haben wir sicher diesen Aspekt im Vordergrund gestellt. Wir haben natürlich das Taktische dann irgendwann auch nicht außer Acht gelassen. Wir wollen ein gewisses Spiel aufziehen von hinten raus. Und da braucht es natürlich die richtigen Laufwege, wenn wir am Ball sind. Es gibt das Spiel ohne Ball und das Spiel mit dem Ball. Und von daher ist es auch wichtig, dass man weiß, was macht der Mitspieler, wenn das und das passiert mit dem Ball. Also die gewissen Laufwege braucht er. Und dann auch nach vorne zu kommen und dann auch die Abschlussmöglichkeiten zu haben. Man hat auch in den Vorbereitung Spielen gesehen. Du bist sehr aktiv an der Seiten-Out-Linie. Ich gehe davon aus, dass in den ersten Spielen vielleicht noch nicht alles so reibungslos ablaufen wird. Es hat sehr, sehr viele taktische Anweisungen gegeben. Auf die Spieler ist ziemlich viel Neues zugekommen. Ja, das ist effektiv so. Ich glaube, diesen Aspekt muss man auch berücksichtigen. Es kann nicht nur heute auf morgen alles funktionieren. Und ich weiss, dieser Prozess wird in etwa drei Monate laufen. Das ist eine Minimumzeit, drei Monate, bis wirklich gewisse Sachen automatisch laufen. Im Moment macht sich natürlich das Spiel auch ihre Gedanken. Versuchen das natürlich so gut wie möglich umzusetzen. Und verkrampfen sich dann auch zum Teil. Und entscheidend wird sein, dass sich da auch wieder eine gewisse Lockerheit ergibt im Spiel. Und in einmal wird sich das von selber einstellen. Also ich will nicht, dass sie von heute auf morgen vieles anders machen. Aber dass sie gewisse Tools bekommen, wo sie dann Lösungen haben, Lösungen präsentiert bekommen. Und das ist das Training. Und jetzt im Spiel geht es darum, dass sie eben diese Tools wenn möglich natürlich haben, damit sie gewisse Dinge umsetzen können. Aber es soll nicht so sein, sich stur auf diese Tools zu fokussieren, sondern sie sollen weiterhin auch Fussball spielen. Ich meine, sie können alle Fussball spielen und haben auch eigene Ideen. Und sie sollen auch ihre eigenen Ideen mitbringen, was das offensive Spiel anbelangt. Was das Defensive anbelangt, ist es einfach so, wir müssen eine gewisse Disziplin an den Tag legen, eine gewisse Organisation, eine gewisse Struktur haben, damit wir eben auch die Stabilität, die defensive Stabilität haben, um eben auch die Spiele zur Not zu spielen. Ein großes Vorbild von dir, den du selbst genossen hast als Spieler, ist der Schilberg Ress, für den Dominanz immer große Wichtigkeit gehabt hat. Wie will der FC Wacker Innsbruck heuer auftreten? Ja, wir wollen schon versuchen, das Spiel an uns zu reissen, mehr vom Spiel haben. Das heisst, wir wollen mehr Ballbesitz haben. Aber nur Ballbesitz heisst nicht, dass man das Spiel gewinnt. Man muss auch, wenn man den Ball hat, dann das Richtige tun. Und nur das Hin- und Hergeschiebe ist nicht Ballbesitz für mich. Ballbesitz heisst für mich, wenn man den Ball hat, auch nach vorne schauen, vertikalisieren. Wenn die Möglichkeit nach vorne zu spielen gegeben ist, dann muss man auch das Spiel nach vorne anpeitschen. Und das Ziel ist immer, so schnell wie möglich zum Tor hervorzukommen. Ob ich dann mit zwei, drei Pässen nach vorne komme und das Tor schieße, oder ob ich zehn oder zwanzig Pässe vorher spiele, das ist irrelevant. Entscheidend ist, was tue ich, wenn ich den Ball habe. Und wenn ich natürlich schnell nach vorne spielen kann, gebe ich auch einen gewissen Überraschungseffekt dem Gegner. Und man kann ja meistens immer, wenn man den Ball erobert, innerhalb von sechs bis zehn Sekunden, ist eigentlich die Zeit, die man brauchen sollte, um zu einem Torerfolg zu kommen. Es ist selten so, dass man von hinten aufbaut und dann über viele Stationen geht und dann am Schluss noch ein Tor passiert. Weil der Gegner kann sich immer wieder schön aufbauen, nach hinten absetzen und auch die Räume eng machen. Und dann braucht es natürlich sehr, sehr viel technisches Vermögen, um dann eine geordnete Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Und die beste Möglichkeit ein Tor zu erzielen ist, wenn man bei Balleroberung schnell nach vorne geht. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Man hat es in den Vorbereitungsspielen schon gesehen. Man arbeitet halt daran. Wie weit ist man da? Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gemacht. Nur wie gesagt, jetzt ist so eine Phase, wo sich jeder noch mehr Gedanken macht, zu stark sich auf diese Sachen fokussiert. Und das ist dann der Gegeneffekt. Das zu viel Überlegen nimmt mir dann auch eine gewisse Intuition weg. Das heißt, man muss auch intuitiv spielen. In gewissen Momenten vorne muss man dann intuitiv etwas machen, um dann zum Torerfolg zu kommen oder zu seiner Aktion. Und von daher wünsche ich mir schon, dass wir jetzt in den letzten drei Tagen, die wir da noch vor uns haben, bis zum ersten Köpffspiel, dass wir uns da noch einmal orientieren, aber auch nicht uns zu stark fokussieren auf nur das, was wir jetzt trainiert haben. Es ist wichtig, dass sich der Spieler auch selber, wie soll ich sagen, selber auch seine Ideen einbringen kann, wenn wir den Ball haben. Natürlich mit der gewissen Überlegung auch nicht alle nach vorne zu gehen, sondern auch eine gewisse Sicherheit zu bieten, dass die, die nach vorne gehen, auch das Risiko auf sich nehmen können mit dem 1 gegen 1 mal eben hängen bleiben und den Ball auch verlieren, weil sie wissen, hinten sind wir abgesichert. Als Trainer hat man nicht nur die technischen, praktischen Aufgaben zu bewältigen, sondern natürlich auch die Führungsaufgaben. Welcher Trainertypos ist denn Maurizio Jakobac? Ja, gut, das wäre immer schöner, wenn die anderen mich beschreiben würden, aber es ist so, ich bin schon akribischer Trainer. Ich verlange von der Mannschaft sehr viel, weil ich von mir selber auch sehr viel verlange. Ich bin sicher sehr ziel- und resultatorientiert, das Resultat steht über allem. Und von mir aus ist es wichtig, dass die Mannschaft über allem steht, über den einzelnen Spieler. Also ich sage immer, der Name auf der Brust ist immer wichtiger als der Name hinten auf dem Rücken. Also das heisst schon viel. Ich glaube, wir spielen für einen wichtigen Verein in Österreich und wir haben sicher ein grosses Ziel. Und das müssen wir und wollen wir wirklich mit Beharrlichkeit verfolgen und uns auch, und das wird es geben. Es wird Rückschläge geben und eben auch mit Rückschlägen dann den Weg, den wir vor uns haben, nicht aus den Augen verlieren. Und das ist entscheidend, dass wir da auch dann die Ruhe bewahren und uns nicht in Panik Sachen bringen lassen. Du hast das Ziel schon angesprochen. Aufstieg. Es wird überall groß plakatiert. Gemeinsam aufsteigen. Du hast auch Tools schon angesprochen. In der Vergangenheit hat die Mannschaft mit Druck oder Drucksituationen nicht so ganz gut umgehen können. Jetzt hat man natürlich schon gleich die Bürde, man will aufsteigen. Das ist das erklärte Ziel von Anfang an. Wenn es nicht so ganz hinhaut und der Druck dann immer größer wird. Aber das Team da auch an Tools im sportpsychologischen Bereich? Ja, wir werden sicher da uns Gedanken machen, was für Möglichkeiten sind uns geboten, auch diese Situation zu bewältigen. Vielleicht mit der außenstehenden Person im mentalen Bereich etwas zu arbeiten. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt heutzutage im Fussball. Aber noch einmal, wir haben uns schon zum Ziel gemacht, aufzusteigen. Aber wir haben uns nie proklamiert, wir sind Titelfavorit. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ich meine, es gibt andere Mannschaften, die auch das Ziel haben aufzusteigen. Sie haben es einfach nicht gesagt. Aber das Ziel von ihnen ist ganz klar Aufstieg. Lars Klintz, vielleicht Austerlustenau und andere Teams, die sich im Moment nicht bekennen. Aber es gibt sicher Mannschaften, die wollen auch aufsteigen. Für das spielt man eine Meisterschaft. Es hat sicher Teams, die wollen aufsteigen. Nur wir haben einfach eben plakatiert und auch klar zum Ziel gesagt. Aber es ist nicht so, dass wir der klare Favorit sind. Also wir haben es nie zum Favoriten erklärt. Wir müssen uns das hart erarbeiten. Und entscheidend ist natürlich das schon zu verstehen. Also es gibt ganz klar andere Mannschaften, die wollen auch das gleiche Ziel verfolgen. Man merkt, du hast dich auch schon mit den Gegnern auseinandergesetzt ein bisschen. Wo siehst du ungefähr das Niveau der Liga, wenn man das jetzt schon sagen kann? Gut, es wird schwierig sein, weil es haben sich schon sicher sehr viele Teams auch stark verändert. Ich meine, FAC hat sich auch stark verändert. Ich meine, Lars Klintz hat sich auch gut verstärkt. Und Austerlustenau war schon letzte Saison eine sehr gute Mannschaft, die einen sehr guten Fussball gespielt hat. Die haben sicher auch etwas gemacht in ihren Reihen. Und noch einmal, Liefering ist auch eine sehr junge, dynamische Truppe, die jetzt letztendlich auch gegen Ajax Amsterdam gewonnen hat. Das muss man zuerst machen. Vier Tore machen gegen Ajax Amsterdam. Und es hat schon Teams, die sicher dazu fähig sind, eben diese Rolle zu übernehmen, auch ein Favorit zu sein. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass natürlich wir als Wacker Innsbruck, wir verkörpern etwas Wichtiges. Und jedes Team, das gegen uns spielen wird, wird top motiviert sein. Das ist Fakt. Und ich glaube, diese Stärke an den Tag zu legen, braucht enorm viel Energie. Und wir müssen uns einfach bewusst sein von dem, aber wir können auch wachsen an dieser Situation. Und ich glaube, neben der Qualität, der individuellen Qualität oder des Teams, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man solche Ziele erreichen will, wie der Aufstieg, ist das Teamleben. Darum sage ich, das Team muss immer über allem stehen und wir müssen uns diesem auch unterordnen. Und das heißt, ich akzeptiere die Rolle, die ist, ich bin mal Ersatz, ich bin mal auf der Tribüne, wenn alle dabei sind, ich bin mal Stammspieler, ich komme aus der Bank und so weiter. Aber das Ziel muss sein, bereit zu sein, wenn ich eingesetzt wäre. Immer bereit sein, um jede Minute, die ich auf dem Platz stehe, 100% Vollgas zu geben und mich für die Sache investieren. Und wir sind eigentlich, indirekt ist es ja so, wir sind ja eigentlich bezahlt, um die ganze Zeit zu trainieren, um für den Klub bereit zu sein, wenn ich dann eingesetzt werde, um Rüstleistungen zu bringen. Das ist meine Aufgabe als Spieler. Ich als Trainer habe dann die Qual der Wahl. Ich hoffe, es ist so, dass ich immer wieder alle zur Verfügung habe und dann wirklich in Schwierigkeiten komme, indem ich entscheiden muss, welche Spieler dann auflaufen am Feita. Und dann gibt es Härtefälle und dann kommt das Bauchgefühl. Okay, ich entscheide mich für diese Lösung. Aber ob die richtig ist, weiß ich erst dann nach dem Spiel. Aber die Qualität des Trainings ist gegeben durch das Team. Wie investiere ich mich im Training? Gebe ich Vollgas im Training? Damit wir wirklich den Erstkampf trainieren können. Wenn wir das so hinkriegen, wird es ganz sicher leichter sein dann am Freitag in der Meisterschaft gegen die anderen Gegner. Wir kommen gerade vom Training. Man hat gesehen, das erste Team spielt gegen das 1B-Team. Und man muss sagen, unterm Strich, die Jungs machen es ja nicht einfach eine Startformation zu finden. Nein, nein, es ist so. Ich bin auch sehr froh darüber. Ich meine, das zeigt ja auch, dass jeder wirklich bei der Sache ist und top motiviert ist und alles gibt, damit er am Samstag, Sonntag, Freitag auflaufen kann und darf. Es ist nicht ein Muss, es ist ein Dürfen. Und für mich ist es wichtig, dass jeder eingesetzt werden kann. Das ist ein entscheidender Faktor. Und ich habe es lieber so, diese Schwierigkeit hier, als wenn sich eine Mannschaft von selber aufstellt, weil wir eigentlich keine andere Lösung haben. Wir haben das Ziel vor Augen und wir haben auch ein Team aufgebaut, zusammengestellt mit Ali, das Qualität hat. Und ich glaube, wenn wir wirklich unsere Qualitäten ausspielen, dann werden wir sicher eine hervorragende Saison abrufen können. Und am Schluss der Saison ist natürlich auch etwas sehr Richtiges. Da kommen dann vielleicht gewisse Spieler zum Zuge, die vielleicht Anfangssaison noch nicht richtig zum Zuge gekommen sind, aber weil eben die Saison gewisse Ausfälle, gelbe Karten in sich gezogen haben, wo dann gegen Ende einer Saison dann wirklich um den Titel gespielt wird. Und dann diese Leute, die vielleicht weniger zum Zug gekommen sind, dann die Differenz machen. Und die sind dann nicht die Gewinner, aber die gehören auch dazu. Ich habe gesagt, jeder Spieler ist ein Puzzlestein. Und er könnte sogar die ganze Saison nicht gespielt haben. Er gehört dazu, weil er die anderen zu Höchstweisen gepusht hat, auch im Training. Also das ist auch etwas sehr wichtiges zu verstehen. Jeder hat eine Aufgabe hier in diesem Team. Und ob er spielt oder nicht spielt, die Wichtigkeit ist ihm gegeben. Und das ist entscheidend. Am Tag der offenen Tür hast du auch den Fans eine wichtige Rolle zugesprochen. Wie siehst du deren Aufgabe? Ja gut, die Fans sind eminent wichtig. Ich glaube, wir geniessen eine sehr gute Fangemeinschaft, die heißblütig sein kann oder ist auch. Und ich glaube, man sieht, wenn wir einigermassen einen positiven, schönen Fussball, in Anführungszeichen auch aber resultatorientierten Fussball spielen, der auch Resultate bringt, dann ist das Publikum schnell auf unserer Seite. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und diesen Faktor müssen wir versuchen auszunützend, vor allem zu Hause. Ich weiß auch, dass sie auswärts uns auch stark verfolgen. Und das ist schon ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Darum sage ich auch, wie wichtig ist das Umfeld für einen Klub, einen Verein. Und Wacker Innsbruck hat eine sehr gute Fangemeinschaft. Und es braucht wenig, um da wirklich etwas sehr Wichtiges auf die Beine zu stellen. Und wir haben ein sehr schönes Stadion. Es ist ein Ambiente, das sofort da ist. Es ist ein heißes Ambiente. Man hört die Zuschauer und wenn ein wenig Power da ist, ist einfach der 12. Mann da. Und das hilft natürlich schon, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Man hat gesehen beim letzten Testspiel gegen Duisburg, kaum kommt eine Initialzündung vom Team, dann ist auch das Publikum bereit, es massiv zu unterstützen. Ja, das ist effektiv so. Wichtig ist natürlich schon, dass man das weiß und dass man das hat. Aber für mich ist auch wichtig, dass wenn die Mannschaft mal in einer Schwierigkeit ist, dass dort auch das Publikum dann auch das merkt und sich auch sagt, hey, wir müssen jetzt ein wenig helfen, wir müssen das Team unterstützen. Weil wenn etwas läuft, etwas gut läuft, ja dann geht es von alleine. Aber entscheidend ist natürlich im Moment, wo die Schwierigkeit dann eintritt, dass man da eine gewisse Unterstützung gibt. Ich meine, es ist viel hilfreicher. Ich als Vater auch Kinder habe, wenn ich meinem Kind, das in Schwierigkeiten ist, zu Hilfe komme und ihn unterstütze, was sehr wichtig ist, als wenn das Kind keine Unterstützung braucht, es geht, es ist nicht in Schwierigkeiten. Also man muss eher etwas unterstützen, wenn es in Schwierigkeiten ist, als wenn etwas läuft. Dann braucht es die Unterstützung weniger. Es ist dann ein Zusammen, das Leben, die Euphorie leben und so weiter. Aber entscheidend ist schon, in der Schwierigkeit Hilfeleistung zu bieten. Und wir werden Schwierigkeiten haben diese Saison. Es ist nicht so, dass alles super laufen wird. Wir werden am Anfang vielleicht nicht so optimal spielen können. Weil eben einfach diese Angewöhnungsanpassungszeit gebraucht wird. Aber entscheidend ist schon, dass wir natürlich Resultate präsentieren können. Auch in der Schwierigkeit. Aber in der Schwierigkeit heisst auch mit den Fans im Rücken. Das erste Spielspiel steht am Sonntag vor der Tür. Die erste Cup-Runde beim SC Mannsdorf. Der Aufsteiger in die Regionalli los. Wie geht man das Spiel an? Ja gut, wir wissen, dass wir natürlich der Favorit sind. Das ist einfach so. Das kann man nicht abstreiten. Und das heisst für uns, wir müssen versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Den Druck aufzubauen, wie wir uns das vorstellen. Aber mit der Bewusstheit auch, dass wir ihnen nicht die Kontemöglichkeiten zugestehen. Denn da sind sie gut. Sie haben sicher gewisse Erfahrungswerte in ihrer Mannschaft. Sie haben im Moment etwas an Geld, wo sie einen der anderen Spielen geholt haben. Der sicher auch in unserer Liga spielen könnte ohne Probleme. Der auch früher in der Bundesliga gespielt hat. Und wir werden uns sicher auch sehr stark mit dem Gegner auseinandersetzen. Auch im Vorfeld. Das machen wir. Diesen Respekt zollen wir jedem Gegner. Weil ich möchte, dass meine Mannschaft, auch gegen welchen Gegner auch immer sie anzutreten hat, auch weiss, gegen wen sie spielt. Weil das ist immer eine Hilfe. Wir wollen keinen Gegner unterschätzen. Da haben wir kein Recht dazu. Wir müssen uns die Resultate immer erarbeiten. Und das gilt wirklich mit Respekt dieses Spiel anzugehen. Aber mit der Bewusstheit und der Überzeugung, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und dass wir das Resultat so schnell wie möglich in die richtige Bahn leiten wollen. Der Cup wird in Österreich etwas stiefkindlich behandelt. Wie wichtig ist für dich der Cup? Der Cup ist immer etwas wichtiges. Ich habe das immer auch in der Schweiz so empfunden. Der Cup ist ein nationaler Bewerb. National heißt, er ist wichtig in ganz Österreich. Und das ist schon entscheidend. Man kann plötzlich gegen eine Bundesliga-Mannschaft spielen. Man kann sich dann auch immer wieder messen. Und ich glaube, ein Cup gewinnen ist immer wichtig. Also es ist ein Titel. Und dieser Titel gibt jemandem die Möglichkeit, dann auch in der Europa League präsent zu sein. Und ich weiß von der Schweiz her, wie wichtig so ein Cup-Titel ist. Und ich glaube, wir werden diesen Cup auch so bestreiten, dass wir immer eine Runde weiterkommen können. Man braucht auch immer ein wenig Glück. Aber wir haben auch einen Kader, der in der Breite gut aufgestellt ist, dass das nicht eine Belastung sein kann und muss. Kommen wir zum Abschluss ein bisschen vom Trainer Maurizio Liancobacci zur Privatperson. Wie schaltest du vom Fußball ab? Ja gut, der Fußball ist schon stark präsent. Auch privat. Natürlich, wenn mein Lebenspartner hier in Innsbruck ist, dann ist es natürlich einfacher. Denn man hat dann andere Themen zu besprechen. Private Kinder, ihr Kind, meine Kinder, die natürlich schon groß gewachsen sind. Das heißt, sie sind volljährig. Und man kann sich über andere Themen sprechen. Man geht ins Kino, man geht gut essen. Ja, man kann auch mal flanieren. Man kann den Leuten zuschauen in Innsbruck. Man kann sich irgendwo hinsetzen und kann dann wirklich das Leben ein wenig genießen, wenn die Zeit natürlich vorhanden ist. Aber es gibt die Möglichkeit, hier in Innsbruck auch auf gewisse Almen zu gehen, wandern zu gehen. Das wird sicher auch der Fall sein. Jetzt, wo ich da bin und die Region natürlich auch besser kennenlernen kann. Es gibt Wellnessbereiche, die auch angenehm sind. Es gibt schon gewisse und mehrere Momente, wo man dann auch das Leben in Anführungszeichen genießen kann. Aber noch einmal, es gibt immer wieder Gedanken, die dann wieder auf den Fussball zurückschweifen. Es braucht nur einen Akzent und schon ist man wieder im Fussball drin. Aber ich habe auch schon gelernt, besser mit dieser Situation umzugehen. Und wenn ich mal privat bin, wo ich bin, dass ich wirklich nicht über Fussball rede, sondern über andere Sachen, die auch wichtig sind im Leben. Du erzählst immer wieder mal, dass du sehr gerne ins Kino gehst. Welches Genre spricht dich denn am meisten an? Ja, ich glaube, Action-Thriller sind interessante, spannende Sachen. Ich habe mit James Bond gesehen, die Effekte, die da gemacht werden. Klar, man hat sehr viele Millionen zur Verfügung, kann natürlich gewisse Sachen auch sehr gut umsetzen. Aber es hat, ja, diese Filme, die spiele ich mir schon. Es gibt auch andere Filme, die auch einen Sinn dahinter haben, wie Teambildungsfilme, ob das eben mit Sport zu tun hat oder andere. Aber es sind auch sehr interessante und spannende Sachen, wo man auch etwas rausziehen kann, wo man dann auch weitergeben kann und auch brauchen kann als Schlüssel. Auch mal mit einem Team, wo man gewisse Sachen auch einbringen kann. Es gibt auch lustige Filme, die man sich auch anschauen kann, wie Hangover. Ich bin jetzt nicht nur fokussiert auf eine Richtung, aber das Kinoleben ist natürlich auch etwas, eine große Leinwand. 3D-Filme sowieso sind natürlich auch schön anzuschauen und die Effekte, die das hier gibt, sind natürlich Mega-Effekte. Und die kann man nur im Kino erleben. Und Kino anschauen heisst nicht nur zum Kino gehen und reinsitzen, sondern es gibt ein Vor- und ein Nachher. Und das ist ein Zusammenspiel und das ist für mich ein Ausgang. Statt in eine Disco zu gehen und nicht reden können mit jemandem, weil die Musik so laut ist, genieße ich den Namen gerne in diesem Sinne. Es ist ein Abtauchen in eine eigene Welt, in eine andere Welt. Ja, es ist schon so. Klar, im Kino redet man auch nicht mit der Lebenspartnerin, aber man hat dann auch wieder gewisse Sachen, wo man diskutieren kann über den Film, über den Inhalt. Und das auch sehr spannend ist. Es gibt ja wahre Geschichten auch im Kino, die dann erzählt werden. Und diese wahren Geschichten sind auch etwas wichtiges. Kannst du uns vielleicht noch verraten, ein, zwei ganz wichtige Filme, die dein Leben etwas geprägt haben, vielleicht auch in Richtung Teambuilding oder Sportfilm oder sowas in die Richtung? Gut, es hat einen Film, der mich sehr berührt hat, das war Midnight Express. Es ist natürlich ein Film, der schon lange Zeit zurückliegt. Es war sehr spannend, die Geschichte über jemanden, der da eben mit Drogen zu tun hatte und dann geschnappt wurde in der Türkei und dann die Gefängnisse der Türken erleben konnte und musste. Und dass er dann dort ausgebrochen ist und wie er ausgebrochen ist, es hat schon, ja, es ist Hühnerhaut eigentlich, weil das ist effektiv so, also es ist wahr. Jemand, der mit Drogen zu tun hat, muss halt, wenn er geschnappt wird und es ist ja wichtig, dass das so ist, dass der auch bestraft wird. Und wie gesagt, es ab und zu sind wenige Sachen für eine dumme Sache, macht man sich das Leben kaputt. Und das Leben ist zu wichtig, um sich mit solchen Sachen eben beschäftigen zu müssen, mit Drogen und so weiter. Ich glaube, man kann auch ohne Drogen leben, gut leben. Und darum sage ich, Hände weg von den Drogen, denn es bringt nichts und das Leben ist für mich einfach zu wichtig. Und die Gesundheit vor allem ist ein grosser Wert, es ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit kann man gar nichts erreichen. Kein Geld auf der Welt kann die Gesundheit ersetzen. Kommen wir ganz ganz zum Schluss noch einmal zur Euro, die ja gerade vorbei ist. Du hast erzählt, du hast natürlich einige Spiele, wahrscheinlich so viele wie möglich selber gesehen. Für dich als Zurückpieler zum Trainer. Welche Entwicklungen haben sich da für dich so rauskristallisiert? Ich sage jetzt einmal 5er Abwehrkette oder so. Was ziehst du als Trainer aus so einer Großveranstaltung? Ja, dass eine Defensive, die sehr stark steht, sehr gut steht, solid spielt, den Gegner anrennen lässt, mit sehr guter Qualität vorne, kann Spiele auch gewinnen. Also, ja, man hat gesehen, auch Italien hat sehr stabil gespielt, defensiv sehr solid, hat wenig zugelassen und ist erst dann im Penalti in Deutschland ausgeschieden. Ich glaube, Italien war für mich ein Favorit nach dem, was ich gesehen hatte. Am Anfang nicht, weil ich hatte den Zugang nach Italien zu wenig. Ich habe einfach gesehen, dass er eine Mannschaft aufgebaut hat mit Namen, die eigentlich jetzt in Italien weniger Wichtigkeit hatten. Er wurde auch stark kritisiert. Aber da hat sich gewisse Spiele ganz klar ausgesucht, weil sie gewisse Sachen auch umsetzen konnten. Und am Schluss ist es ein wenig gescheitert. Aber Deutschland hat von mir aus das Beste präsentiert, defensiv solid, aber offensichtlich auch sehr stark, sehr ballsicher. Und ist dann, ja, durch ein 1-Penalti-Tor in Rücklage gekommen gegen Frankreich. Und hat dann das Spiel, was sie eigentlich gewinnen hätten sollen, dann 2-0 verloren. Aber ich glaube, Deutschland war für mich die beste Mannschaft an der E.N. Gut, Mauricio. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffentlich mögen unsere gemeinsamen Ziele alle eintreten. Danke. 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 Danke.